Das, was dort in der Ferne zu sehen ist, ist die Insel Film, wo früher die Staatsoberhäupter der DDR drauf residiert haben, wenn sie mal frei hatten und Lust und Langeweile. Heutzutage wieder ein Naturschutzgebiet, ist auch gut so. Sieht deswegen auch schön aus, auch von Weitem. Ich war auch schon mal drauf. Man muss nur einen Winter haben, wo genug Eis ist auf dem Wasser. Ja, man glaubt gar nicht, aber es war mal komplett zu. Das ist eigentlich auch schon öfter vorgekommen, aber naja. Aber eine hübsche Insel, auch wenn man sie nur von Weitem betrachtet. Schöne Vegetation auf jeden Fall auch. Und überhaupt hier schöne Landschaft, Enten, Möwen, alle vereint. Ja, soviel dazu. Wenn ihr es auch mal sehen wollt, die Insel Film ist, ja, Rügen südöstlich. Eigentlich denn von dem Strand aus zu sehen, will ich fast sagen. Also fast. Oder ihr fahrt einfach nach Lauterbach auf Rügen. Dann seht ihr es auf jeden Fall aus ungefähr dieser Perspektive. Aber nicht ganz genau. Dazu müsst ihr schon ein bisschen laufen. Nach Neuendorf. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.